Hey Leute, ich bin's wieder Mau und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr im Titel gelesen habt, bin ich heute nicht... Wie ihr im Titel gelesen habt, bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe ein paar Gäste dabei. Und zwar, ich habe eine Patentante und meine Patentante hat Kinder und ihr kennt ja schon Ben. Ben ist mein Patentante, sage ich ja immer. Und er hat auch eine Schwester und zwar Marie. Und Marie ist meine Patentante, sage ich immer. Und da ist sie auch schon. Guck mal, du bist gleich groß wie ich. Bist ja unglaublich. So, also dann stelle ich mal vor, wie heißt du? Marie. Und wie alt bist du? 4? Stimmt. Sie ist 4 Jahre alt, das stimmt tatsächlich. So Leute, denn heute haben wir natürlich nicht nur Marie da, sondern ihren Bruder. Und zwar Ben, ihr kennt ja Ben, das ist mein Patentante. Und ich würde sagen, wir holen einfach mal Ben rein, deswegen ein großer Applaus für Ben. Ben, komm rein. Hallo Leute, ich bin Sven. Also Ben, wie alt bist du denn? 7. 7, genau. Ich habe mir mal überlegt, es gibt immer verschiedene Reaktionen auf Zauberei. Manche, die flippen total aus, manche Personen, die interessieren sich nicht wirklich dafür und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, heute reagieren mal ganz bestimmte Personen auf meine Zauberei. Wisst ihr, wer heute auf die Zauberei reagieren wird? Ihr selber? Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, sondern beginnen einfach mal mit dem Video. Viel Spaß. Okay Leute, mit wem von euch beginnen wir? Wer möchte beginnen? Hey, hey. Hab ich mir schon gedacht. Wir fangen einfach mal mit dir an, okay? Perfekt. So Leute, wir beginnen einfach mal mit Ben. Gib mir mal Knops. Cool. Und jetzt bleibst du genau so. So nach vorne. Und so bleibst du jetzt die ganze Zeit, okay? Ja. Okay. Ich habe für dich einen Stift dabei. Und ich mache mal auf meine Hand so ein Kreuz darauf. So ein X genau. Okay, ich hoffe, man kann das erkennen. Ein X auf jeden Fall. Das fest drauf. Guck mal. Ja. Fest drauf. Und jetzt schaut mal genau hin. Genau hin. Wir nehmen das X von meiner Haut runter. Schaut genau hin und werfen es in deine Hand. Das bedeutet, ich habe nichts an meiner Hand und jetzt öffnen wir deine Hand. Zeige es mal an die Kamera. Und tatsächlich haben wir hier ein... Warte, ein bisschen weiter nach hinten. Ein X. Ich habe für dich ein Tuch dabei. Okay. Und glaubst du, du kannst es jetzt verschwinden lassen? Ja? Ey, du bist aber sicher hier. Okay. Wir werden das jetzt verschwinden lassen und du musst mir dazu helfen. Pass auf, wir nehmen das Tuch. Gehen meine Faust hin an, okay? Und zwar so. Und kannst du einen Zauberspruch zufällig? Kannst du einen? Okay. Dann zeig mal den Zauberspruch bitte laut in die Kamera. Hoch. Äh. Kannst du? Hochkuss. Hochkuss. Ich zahle jetzt ein Tuch her. Du meinst ein Tuch weg, oder? Ein Tuch weg. Genau. Pass auf. Wie fandest du ein Trick? Witzig. Witzig. Cool. Noch mal den Trick. Noch mal den Trick. Guck mal, Marie, ich habe für dich hier zwei. Was ist, was sind das jetzt? Bälle. Zwei Bälle, genau. Zwei rote Bälle. Schau die dir mal an. Sind die normal? Ja. Ja? Okay. Guck mal. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Kannst du mal deine rechte Hand nach vorne halten? So. Ich gebe dir jetzt gleich den einen Ball in deine Hand und du schließt sie ganz schnell. Okay? Guck. Achtung. Ich nehme den Ball und du schließt sie. Richtig fest. Richtig festhalten. Nicht öffnen. Genau. Super. Pass auf, Marie. Schau mal. Wir nehmen jetzt den anderen Ball, den zweiten Ball. Schau genau hin. In meine Hand hinein. Und jetzt wird folgendes passieren. Wir nehmen den Ball und lassen ihn. Schau genau hin. Plötzlich verschwinden. Und jetzt öffne mal deine andere Hand. Öffne mal die rechte Hand. Nein? Ich meine die rechte Hand. Die hier. Achtung. Jetzt hat sie fallen lassen. Falls ihr wollt, dass mein Paten-Cousin und meine Paten-Cousine, Ben und Marie mal wieder dabei heißen in meinem Video von mir, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Schreibt einfach so Hashtag Ben und Marie rein. Ja. Also vielleicht doch nur Ben und Marie. Vielleicht. Ich hab das eben nicht gesagt. Okay. Ja, das passt auf jeden Fall. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, falls es euch gefallen hat. Daumen nach oben dalassen gerne. Und ihr könnt ja abonnieren, zum letzten Video kommen. Zauberbox, ihr wisst Bescheid. Leute, wir sehen uns die Tage. Und? Winken wir alle mal. Tschüss. Oh. Hihihihi. Es ist auch Spass. Nicht mehr tun. Nein. 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 Nein.